Zur Kultur des Teilens motiviert mich besonders der Gedanke von Kollaboration, also Zusammenarbeit in allen möglichen Formen. Ich bin ja sehr neugierig und finde es total spannend zu erleben, welche Ideen man gemeinsam entwickeln kann, was an Produkten dabei rumkommt, die man alleine eigentlich niemals machen könnte. Ich arbeite in der Hochschule. In der Hochschule machen wir Projekte, die von Steuergeldern bezahlt werden. Wenn die Projekte um sind, dann werden dazu Veröffentlichungen geschrieben, es werden Konferenzen veranstaltet, auf denen wir unser Wissen teilen und wenn wir Glück haben, können wir mit den nächsten Projekten darauf aufbauen oder die Leute, die uns zugehört haben, die wissen dann noch, was passiert ist und können ihre Projekte danach gestalten. Viel nachhaltiger ist es aber, wenn die Materialien und die Ressourcen, die da entstanden sind, frei lizenziert sind, weil dann können die auch direkt in den nächsten Projekten verwendet werden, ohne großes Primborium, ohne große Regelwerke und die nächsten müssen nicht bei null anfangen. Ja, ich mag ganz einfach gute Lehre und die kann ich ganz einfach besser machen, wenn ich sie gemeinsam mit anderen mache. Wer bekommt schon eine kostenlose Qualitätskontrolle von seinen Peers und neue Ideen und das Ganze macht nebenbei auch ganz viel Spaß. Ich bin Lehrer gewesen und immer noch aktiv in diesem Bereich und dafür braucht man natürlich auch Materialien. Die kann man vom Schulbuchverlagen bekommen, aber man braucht sehr häufig individuelles Material, ergänzendes Material. Und dieses frei erstellen und teilen zu können, bedeutet, dass es auch andere nutzen können. Dieses Teilen, dieses gemeinsame Nutzen bedeutet letzten Endes, dass man in der Summe weniger arbeiten muss, weniger Zeit brauchen muss. Die kann man investieren in andere Dinge, wie zum Beispiel den Kontakt mit den Lernenden etc. Vielleicht auch mal für Freizeit. Ich finde, die Kultur des Teilens ist die Grundvoraussetzung für Demokratiebildung. Also erst mal das Verständnis unter Lehrenden und Lernenden zu etablieren, Materialien, Gedanken, Wissen, Medien zu teilen und damit sich auch selbst als mitbestimmendes Individuum zu verstehen. Ja, mich persönlich motiviert zu einer Kultur des Teilens einfach so der Gedanke, dass das keine Einbahnstraße ist. Das heißt, wenn ich was von anderen Menschen erwarte, dann kriegen sie es auch von mir. Und wenn ich erwarte, dass andere Leute etwas teilen, dann mache ich das selber. Sonst kann ich nicht von ihnen erwarten, dass sie etwas teilen. Und von daher, ja, das motiviert mich tatsächlich einfach so. Einige würde sagen, vorauseinander gehorsam. Andere würde sagen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und damit andere vielleicht diesen Beispiel folgen. Anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Man kann nur bei sich selber anfangen und etwas zu tun. Und diese Möglichkeit eben anzufangen und Leute vielleicht dazu bewegen, das ist schon für mich Motivation genug, das zu machen. Ich glaube, da gibt es ziemlich viele Motivationsfaktoren. Also ich habe auf Lehramt studiert und finde super toll, wie effizient man Materialien untereinander austauschen kann, wenn zum Beispiel die rechtlichen Fragen bei OER über die Lizenzen geregelt nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel effizienter in den Austausch gehen, können eine Kultur des Teilens etablieren und das fördert am Ende, glaube ich, die Qualität von Lehre. Eine Kultur des Teilens finde ich für mich persönlich sehr gewinnbringend, weil es einfach was ganz, ganz anderes ist, wenn ich beispielsweise Materialien produziere und die dann nur für einen festgelegten Teilnehmendenkreis wären. Wenn ich die aber mit einer Kultur des Teilens auch breiter streue, dann habe ich nicht so sehr den Eindruck, dass ich eigentlich nur für sehr, sehr viel Energie und Arbeit, die ich reinstecke, eigentlich sehr wenig Menschen erreiche, sondern ganz im Gegenteil ganz viele Menschen erreiche. Und damit hat man so ein bisschen den Eindruck, also ich zumindest, dass die Arbeit dann wertvoller oder gewinnbringender ist und mit dem, dass ich mit dem, was ich tue, dann auch einfach mehr erreichen kann. Dass viele davon profitieren, die vielleicht sozial oder aus anderen Gründen nicht in der Lage wären, an gute Bildung heranzukommen, das zu erschaffen und das zu unterstützen. Und ich selbst arbeite als Journalist und bin gerne bereit, meine Arbeit eben auch freizugeben, wenn es sich um Bildungsmaterialien handelt, weil dann viele davon profitieren können und das weitertragen können und keine Zugangsbeschränkungen, sie davon abhalten, vielleicht mit dem Material tolle Sachen zu machen, viel zu lernen, andere wieder anzustiften, das weiterzuentwickeln. Das begeistert mich, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe etwas in die Welt gesetzt, was anderen wirklich nützt und nicht aus kommerziellen Gesichtspunkten, sondern aus altruistischen Gesichtspunkten. Klar natürlich Veranstaltungen wie das OER-Camp, weil man dann halt eben die MitstreiterInnen mitbekommt. Und manchmal denke ich vielleicht auch, Mensch, noch mehr, noch mehr Bewegung, noch mehr Momentum in der OER-Bewegung wäre natürlich schön. Aber dann schaue ich auf Bereiche wie Open Software, Wikipedia und das sind einfach beeindruckende Bereiche, Projekte, wo viel geschafft wurde und dann denke ich, das schaffen wir bei OER auch. OER und Lizenzierung sind ja ganz schön, aber wenn daraus Open Educational Practices und eine echte Kultur des Teilenswerdens, dann verändert das Arbeitsweise und das habe ich in meinem Umfeld erlebt. Projekte mit OER sind häufig die, die am spannendsten sind, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen genial zusammenarbeiten kann, wo einfach mehr raus entsteht. Und deswegen ist OER für mich so ein Schlüsselbegriff für gute Bildung. Ja, da gibt es drei Gründe. Erstens, ich bin nicht perfekt und höre gerne, was andere Leute für Ideen haben. Zweitens, wenn ich an etwas gearbeitet habe, dann freue ich mich, wenn andere das auch nutzen können, denn dann hat die Arbeit mehr Sinn gehabt. Und drittens, bin ich auch ein bisschen faul und tue nicht so gerne Dinge, die es eigentlich schon gibt. Das heißt, ich nutze gerne Dinge, die ich für gut befunden habe und die schon existieren. Ja, ich komme von der Literatur, vom kollaborativen Schreiben. Für mich ist Literatur sozusagen von vornherein ganz im konstruktivistischen Sinne das Remixen vorhandener Literatur. Und da war ich von Anfang an begeistert von dem Remix-Gedanken bei OER. Dass man also endlich sozusagen Material hat, dass man bewusst Remixen kann, dass bewusst zum Remixen freigegeben ist. Dass ich von Themen erfahre, die mir vorher noch gar nicht bekannt waren und dass ich die Möglichkeit habe, Ergebnisse nachzunutzen, von denen ich vorher vielleicht noch gar nicht wusste, dass sie existieren. Und ich habe die Möglichkeit, sie beispielsweise auch für eigene Arbeit weiterzunutzen und wiederum mit anderen zu teilen. Ich finde es toll, wenn ich sehe, dass andere Leute meine Materialien nutzen, dass sie sie für wertvoll halten und für sich einsetzen. Ich möchte das Cunninghams Law zitieren, das sagt, es ist besser im Internet eine Frage, nein, um eine Antwort im Internet zu bekommen, es ist besser, eine falsche Antwort zu posten. Edward Cunningham war der Erfinder des Wikis und das basiert darauf, dass man in der Regel der Fälle viele Reaktionen bekommt, wenn man etwas teilt, auch wenn es etwas Falsches ist und dann Antworten bekommt und die eigene Antwort anpassen kann. Und prinzipiell trifft das auch auf die Kultur des Teilen zu, insbesondere mit OER natürlich. Jetzt heißt das nicht, dass man falsche OER produzieren soll, aber es führt auf jeden Fall dazu, wenn ich etwas teile, dass eine Community, die daran interessiert ist, auf jeden Fall gewillt ist, das zu korrigieren, anzupassen, zu verändern und damit irgendwas ganz anderes zu machen. Und wenn das durch Teilen passiert, dass das, was ich teile, verbessert wird, dann ist das für mich sehr viel wert. Mich persönlich motiviert tatsächlich zu einer Kultur des Teilens, dass wir in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen, sehr stark vom Teilen weggekommen sind und sehr versucht haben, alles, was wir haben, zu Geld zu machen, zu kommunifizieren. Und ich stelle fest, dass wir, glaube ich, für unsere Zukunft mehr wieder ins Teilen gehen müssen und überlegen müssen, wie wir es schaffen, miteinander eine Welt zu gestalten, die eben nachhaltig auf diesem Planeten leben kann. Und deswegen ist Teilen ein ganz, ganz großer Aspekt davon, auch im Online-Bereich. Die Vision, dass wir in einer besseren Welt leben können, in der Teilen der Standard ist und nicht verschwenden. Ich war als Kind schon sehr mitteilsam und finde tatsächlich die Idee, sich mit anderen Menschen auszutauschen, neue Erkenntnisse zu teilen und die nicht für sich zu behalten, sondern sagen, wirklich nach draußen zu bringen. Klar, kann auch Kritik bedeuten, aber also Gedanken mit anderen Menschen zu teilen, macht mir also seit Kindheitstagen Spaß und höre natürlich auch gern zu und lernen, weil man mit jeder Begegnung, mit jedem Menschen hat es immer die Möglichkeit, auch was Neues für sich zu lernen. Also das gefällt mir an dieser Kultur des Teilens. Die Kultur des Teilens ist für mich deswegen wichtig, weil ich natürlich zum einen Produkte einsetzen kann, die andere schon angedacht haben und sie dann in meinen Bedürfnissen anpasse. Und dasselbe ist hier im Endeffekt ja jetzt auch passiert. Wir haben fertige Softwarepakete genommen und haben sie unseren Bedürfnissen nach angepasst und entsprechend wieder in die fertig konfektionierte Distribution genommen. Und das ermöglicht uns natürlich Dinge, die wir mit anderen Softwareprodukten so nicht nutzen können. Das heißt, OER und Open Source ist für uns ein Thema, was sehr eng zusammenhängt und im Endeffekt auch bei uns immer zusammen gedacht wird. Mir geht es vor allem auch darum, also neben dem beruflichen Kontext um die Kooperation und Kollaboration. Es geht ja nicht nur darum, Dinge bereitzustellen, die dann irgendwo im oft irgendwo im Internet verschwinden, sondern es geht darum, sich zu vernetzen, Wissen zu vermehren, kollaborativ zusammenzufinden und zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was für mich das Teilen im OER-Kontext ausmacht. Das ist das, was für mich das Teilen im OER-Kontext ausmacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.